Klaus Pack ist ein dänischer Schauspieler, Regisseur und Filmproduzent. Er spielte seit 1956 in 40 Filmen mit und war außerdem als Theaterschauspieler aktiv. Leben In den 1950er Jahren hatte Pack erste größere Filmrollen, etwa 1956 in dem Film Frühling der Liebe. Er wurde daraufhin als der dänische Jamescene bezeichnet. Pack war in allen fünf Soldater-Kamerater-Filmen von Sven Mettling zu sehen, die von 1958 bis 1962 erschienen. Drei der Kriegskomödien wurden auch in Deutschland gezeigt. In den 1960er Jahren war er an Theatern in Odense und Alborg tätig. 1971 ging er nach Kopenhagen, wo er bis 1987 für mehrere Theater als Geschäftsführer und künstlerischer Leiter arbeitete. Er war mit der Schauspielerin Sonja Oppenhagen verheiratet. Die gemeinsame Tochter Anna Oppenhagen-Pack ist ebenfalls Schauspielerin. In die Schlagzeilen der Boulevardpresse kam er, als er 2007 eine 44 Jahre jüngere Thailänderin heiratete. Die dänische Hip-Hop-Gruppe Suspekt veröffentlichte 2011 eine Single mit dem Titel Klaus Pack. Die Band bezeichnet Pack als einen Volkshelden, das Lied sei aber nicht direkt über ihn. Der Name Klaus Pack stehe stellvertretend für einen Schürzenjäger wie Hugh Hefner und Serge Gensbourg. Filmografie Als Schauspieler 1956 Frühling der Liebe 1958 Hinein ins Vergnügen 1959 Uns kann keiner 1960 Einhundert Mann und ein Kamel 1968 Missbraucht 1970 Amour 1970 Stille Tage in Klischee 1973 Solstig-Parbade-Hotelet 1973 M.I.G.O.G. Mafiaon 1976 Pega Itojen II 1987 Die Geigenvögel 1997 Hospital der Geister II 2001 Kira Als Regisseur 1973 Solstig-Parbade-Hotelet Das ist Vierge Schuss Aus Domen Informationen Vielen Dank.